Das größte Wunder des Lebens ist das Leben selbst. Wir werden geboren, um zu leben, ein Leben, das endlich ist. Leben wir nicht viel mehr, um langsam zu sterben? Warum ist nur das Sterben todsicher und nicht das Leben? Wozu bin ich? Ich sehne mich nach Sinn. Ich will leben. Was wäre, wenn der Tod sterben müsste und da noch mehr ist? Was wäre, wenn da jemand ist, der meinem Leben Sinn verleiht? Was wäre, wenn dieser jemand kommt, um mir ewiges Leben zu geben? Was wäre, wenn der Tod sterben ist? 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 Vielen Dank.